Ich bin leer geschossen! Ich bin leer geschossen! Okay. Wechsel dein Feuer ziehen! Geister, wo kommen die Leute her? Gibt's doch gar nichts, ey. Ist das ja schlimmer, wenn Call of Duty 1 wurde dann... ...aus einem kleinen Einfamilienhaus 200 Soldaten geströmt sind... ...weil da einfach... ...die Spawnpalt nicht aufgehört, da zu spawnen. Es ist Giftgas. Ich bin gekippt. Es ist Giftgas? Ähm, jetzt pass auf, was ich sag dir, bevor wir gehen... ...wenn wir da jetzt hochgehen... ...du hast ja hier einen Singleplayer gespielt, ne? Ja. Das war ja diese Anfangsmission, wo du oben aufs Dach musstest. Ja. Wenn wir jetzt hochgehen, sind vor uns Gegner. Wir müssen uns also schnell da durchkämpfen, weil das Problem ist... ...hinter uns strömt immer mehr nach. Das ist unendlich. Wir sollten jetzt hoch... ...gucken, dass wir irgendwo uns ein Weg links freischießen... ...einfach dann Deckung suchen da. Äh, dann nehme ich stattdurch Rot aber die AK-47... ...granatieren auch mit, oder? Ja. Oder was doch immer die XM-25 eigentlich ist. Ähm, Granatwerfer. Granatwerfer. Gut. Sollen wir hoch? Ich würde eigentlich auch nicht die Grenzen machen. Äh, okay, gehen wir zusammen. Ja, schief geht kanns nicht. Gehen wir zusammen. Ja, schief geht kanns nicht. Cheeredo, ne? Äh, teilen wir uns auf, oder gehen wir zusammen? Ich versuche immer ruhig nach vorn zu gehen. Erstmal abzuschießen, ich versuche hinten zu decken ein bisschen. Okay. Und das billet? Wir werden den blindly übt. Davieh nach! Am Ende! Du fährst! Verенаgateíveis! Geht sie hör! Scheiß, correlation, hau. Woah... Mit 1 Schuss, 7! Alter. Zwölf Mann. Boah. Drei Volk übrig. Bei mir läuft es ja nicht. Ich bin zwar angeschlagen, aber das geht. Scheiße, Granate. Nein. Das war knapp. Ja, jetzt bräuchte ich dich dann. Wo bist du denn? Ganz am anderen Ende der Halle. Da du Spaß macht. Da wo die Party am lautesten ist. Bei mir krebsen so viele Gegner herum. Lass dir Zeit, hätte es auch keinen Sinn, wenn du da jetzt umfliegt draufkriegst. Ich bin getroffen! Ich brauche Hilfe! Direkt bevor ich den Code auch nicht mehr kannte, habe ich mich verblutet. Wechsel das Magazin! Also kommst hinten, aber... Danke. Wo sind die übrig? Ich habe mich da seitlich wunderbar durchgekämpft und dann sind plötzlich alle auf mich gegangen. Und die letzten Codes. Sie können keine weiteren Codes mitnehmen. Nein, die musst du holen. So, und die letzten Codes. Sie können keine weiteren Codes mitnehmen. Nein, die musst du holen. Sie sind hinter uns mit Sicherheit. Ich erwarte, sie untertöne nichts. Metal 04, ich wiederhole. Vorrücken zum Punktturm und Verschlüsselungscodes hochladen. Ich bin gleich oben. Hinter dir? Hey, hier kam gar nichts. Metal 04, feindliche Truppen auf den umliegenden Dächern, in Deckung gehen und Vektor halten. Hey, aber das kann nur 50, ja, warte. What the? Ja, da ist ein Konrad, ja, fach. Kann hier irgendwo ein Schrappschriften-Gewehr? Ja, ich habe eins. Ich schalte dich schon raus. Da lag, ich muss sagen, ein zweites Ballett. Okay, das nicht mehr da, scheiße, sorry. Hast du jetzt schon mich aufgenommen? Ja, hier, ich habe auch eins. Okay. Das ist unser Helio. Der lebt jetzt, der lebt schon drauf. Das ist unser Helio, weißt du das? Nee, geht klar. Wechsel das Magazin! Keine Ahnung! Ah, super. Das ist unser Helio. Einmal durfte ich nicht wieder, dann scheiß ich jedenfalls. Boah. No, meine Ahnung, das ist unser Helio, aber. Oh, oh. Mach mal auf dem Dach, aber du schweffert. Ja, wozu schieße ich überhaupt? Bin leergeschossen! Ach, komm. Habst du zu mir rüberkrabbeln? Ja, ich komme schon. Drei Schüsse für den Dach, der Upload war unvollständig. Upload-Sequenz sofort, neu starten. Was? Boah, aber nicht komplexer. Boah, aber nicht komplexer geworden. Äh, laufst du rüber. Upload-Sequenz zu 55% abgeschlossen, also nur hier. Fuck. Das lief überhaupt nicht zu, was ich mir vorgestellt habe. Das ist so dämlich, jemand muss mir beim Aufstehen helfen. Jemand muss mir den Hauptschlagrader zudrücken. Verdreckt nochmal. Ich komme zu dir, weil es dauert. Bin leergeschossen. Boah, kriege ich hier. Ach, komme. Ich schaffe es nicht. Vollständig, tolle Arbeit. Blackhawk unterwegs zur Abholung. Ankunft in zwei Knoten. Ja, boah. Ganz schön. Ja, es war schon mal besser. Hauptsache wir haben es. Ja. Okay, und die eine fehlt noch, oder? Feuer-Mission, die haben wir letztes Mal schon gemacht, oder? Ja, die war ja gewankt. Ja, weil wir verschiedene Schwierigkeiten gerade gewählt haben. Ja. Äh, willst du aus, wer in der AC sitzt? Wer soll? Ja, mir ist es gleich. Also ich bringe dich durch, sagen wir es so. Du musst dann nur die erwischen, die im Haus sind. Versuchen wir es einmal so. Wenn es zwei, dreimal nicht hinhaut, dann wechseln wir. Mhm. Ich habe ja das letzte Mal, weil ich die ganze Serie mal sehe. Mal schauen. Mehr als schief gehen kann es nicht. Solange nicht der Bug jetzt wieder drin ist, ist ja alles okay. Ja. Der frostige Bug. Die Folge war aber cool. Ja, war die auch. Warum geht das denn nicht? Was ist das für ein Scheiß? Muss doch gehen, verdammt nochmal. Ja, schon am Ende. Ich muss immer noch die zwei Missionsziele machen. Was ist das denn? War ich bitter. Ja. Was ist das für ein Flugzeug? Muss ich überhaupt nicht nachdenken, sondern einfach durchspringen. Ja, ein bisschen vielleicht, aber... Ich meine, hier läuft ein Vollhub auf dem Boden und wird von der Oberprobe schützt. Also... Ja, ich kriege maximal Assisten für. Was ist das für die erste Freude, dass du bei dir hast? Ja. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen dich, glaube ich, vereilen, sonst bin ich weg. Ich spring gerade auf. Raketen in der Luft. Wiederhole, Raketen in der Luft. Die Zeit ist fast vorbei. Zeit abgelaufen. Achtung, sie auf die Zeit. Ich habe mich zu lange Zeit gelassen am Anfang. Ich sollte sofort losspringen. Ja, kriegen wir hin. Okay, wir haben den Faden meinerseits. Bereit machen. Oh, scheiße. Oh, okay. Okay, das war ja. So, sofort losspringen. Feindliche Flieger am Anschluss. Ich glaube, da sind zwei vor dir. Einer hat sich gerätigt. Da ist noch einer. Drei, dritter. Verdammt. Wir sind genau... Na, ach, das ist mich... Ja, Entschuldigung. Ich bin da rein gelaufen. Sorry. Kein Ding. Ja, da war noch ein Dekler. Ich wollte verständlich, das war die Richtung. Sorry. Bin da reingerannt. Ich wollte losspringen, dass ich möglichst schnell vorne bin. Ja, am Anfang, am Anfang warten die ersten fünf Sekunden. Da war ich auch nicht da. 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 ok ich fange an ich sehe nur deinen Namen, ich weiß aber nicht wo du bist ich bin jetzt gerade bei den Röhren ok, halt mir die Fliege vom Hals, ich geh ins Haus ah, das kommt los ich muss halten, ach das Schiff so ich sete mich zu viele Gegner hinter mir, scheiß aber einer eigentlich danke so, ich springe jetzt nach vorne was war? die Wand herum werden mal abgeschossen, das ist doch von wo schießt die auf mich? sie haben keine Zeit mehr das ist aber nicht so gut wie freie Bahn alle kriegen an die Fliege woher muss ich überhaupt noch da rein? da oben rein ich mags ja ungern spannend, aber schneller ging es nicht so gute Arbeit, es kann weitergehen was? nein 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 ich hätte selber auch abgelaufen, ich muss die bringen bereit machen die Wand legt die Stellung in die Fliege und Verlust auf der Saison wird hier sofort aufhalten tot von allem ich habe doch einen Weg noch zu nehmen ich habe doch einen Weg zum Rennen ich habe doch einen Weg zum Rennen ich habe doch einen Weg zum Rennen das ist nicht so ein Tritter, das wir wurden da draußen fertig gemacht Wir müssen irgendwie noch einen Weg finden, dass du nicht zu schnell, aber auch nicht zu lang bist. Ja, mein Trepp passt nicht. Raketenmöglichkeiten. Der Panzer. Da sind zwei. Das sind drei im Glück, ne? Ja, sehr gut. Ja, ich hab nur zwei gesehen überlebt. Ja, die stehen so knapp übereinander. Ja, ich bin im Haus gleich. Das ist schon laut. Äh, ich aktiviere es durch. Verteidigungssystem Elati. Gut gemacht. Am Haupteingang ist ein Sicherheitsschloss. Die Stürmung überbrüßt werden, der vorhin Zeit ergeht. Freieinander Flieger weiter. Sehr gut. Ja. Das ist jetzt eigentlich frei und gerade raus. Ich bin schon da. Und dann fahrt jetzt ruhig da drin, sobald das reingeht. Ja. Hast du die Fahrzeuge? Ja, ich bin noch mal. Ja, ich bin noch mal. Ja, ich bin noch mal. Ja, ich geh los. Ich hab noch nicht 17 Sekunden. Ja. So, wer hat das gemacht? Ha, geschafft! Sehr gut Die Abschüsse waren ein bisschen krass, aber naja Na gut, ich saß ja auch oben drin Damit habe ich Stufe 17 erreicht, nach so einem grönten Ende Ja, krass Das war dann eigentlich auch schon der Filler zu Let's Play Together Call of Duty Modern Warfare 3 Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich fürs Mitspielen Ja, vielen Dank, dass ihr auch zugeguckt habt Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch Und ihr Ja, also Ich habe wieder ein bisschen was gelernt, was Ego-Shooter angeht Und vor allem hat sich mein Verdacht erhärtet, dass ich da nie wirklich eine Chance haben werde Deswegen wird es auch nie ein Let's Battle Call of Duty geben, das verspreche ich euch Insofern Finde ich, war es ein super Projekt Danke euch fürs Zusehen nochmal Und wird es sein Wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder Genau, bis dahin Ciao Ja 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 Ja